Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, ach ne, oh, äh, nein, hallo, ich wollte, Entschuldigung, starten, Moment. So, so musste das sein, alles gut. So, ähm, wir öffnen einmal die Galaxiekarte und gucken. Achtung, Navigationsdaten empfangen. Hallo? Wo sich das schwarze Loch befindet. Ähm, derzeitiger Standort, ja, das ist, huch, ähm, was ist, ähm, warte mal, so, oh, ähm, da, nein, da, nein, wo muss ich denn? Ähm, ähm, ich, ich muss doch zum Ziel, schwarzes Loch, Wegpunkt setzen, was? Schwarzes Loch, schwarzes Loch, da ist nicht, nein, ich muss, ähm, haben wir hier, da irgendwas, nein, da? Das, ähm, das ist, ähm, was soll, da, müssen wir da hin? Das müsste das sein, oder? Weil, von hier geht es, weil, von hier geht es, auch nicht weit, tja, ähm, oder? Ich bin gar, äh, 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 wieso, okay, warte mal, da waren wir, ähm, wir müssen auf jeden Fall, außerhalb der Sprung, naja, gut, dann müssen wir sowieso erstmal, da hin. Gut, wird jetzt wohl, wird, also, ne, äh, ja. Ähm, ja. Hm, 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 so ist es. So, ist es. Darf ich wieder aussteigen? Das, ich finde, das ist, also, nein, danke. Mir geht immer ein bisschen schlecht bei diesen schnellen Reisen. Nö, ist halt so. Ja, ja, komm. Schön. Ähm, so. Ja, jenseits, äh, ja, der Weg des Atlas, Galaxiekarte öffnen. Ziel. Navigationsdaten empfangen. Nein, nein, Ziel. Hallo. Na. Ach so. Schwarzes Loch, so. Wo? Tee, witzig. Kein Treibstoff. Oh, Mann. Okay. Ich will einfach nur, hallo. Ah, okay. Ähm, ja, kein Treibstoff. Das ist, äh, gut. Unbekannter Planet. Das ist wahrscheinlich nur die Atmosphäre, die da ein bisschen, äh, blau leuchtet. Wir brauchen Zutaten für unseren Überantrieb. Okay. Ah, ist das wieder Schnee? Oder ist das nur vom Wasser? Sind das Wolken oder ist das Sandsturm? Alter, ich hab... Oh. Was? Ähm. Jungens. Nein. Tschüss. Das stimmt nicht. Was ist das? Oh, erst mal zu dir. Nein, 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 nein. Komm. Komm. Fuck, 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 fuck. Gib Gas. Ah, okay. Alles. Wertlose Fracht. Also. Ich glaube es ja nicht. Alles klar, es wird wohl noch ein bisschen länger dauern mit den Folgen. Ich will jetzt dieses schwarze Loch finden, aber wir brauchen Treibstoff für den Hyperantrieb. Traurig, aber wahr. Was haben wir hier? Süße. Naja, besser als gerade eben. Hoffe ich. Ich hoffe es so sehr. Bitte, 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 bitte. Oh, ein Haus. Alles klar. Unbekanntes Gebäude. Zwölf Sekunden, zehn Sekunden. Oh, mal gucken. Wollen wir mal hallo sagen. So. Oh, 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 oh. Ist gar kein Gebäude. Alles klar. Alles klar. Giftiger Dunst. Ja, gut. Gut, bitte. Wer war das? Wegpunkt. Jo. Machen wir mal gucken. Das ist schön, dass da jetzt eine Wolke vor ist. Danke, Spiel. Vielen Dank. So. Dann, hallo. Oh. Würde ich sagen. Ich will einmal eben wieder einsteigen, damit ich hier nicht unnötig draufgehe. Und, was kommt denn? Ja, gut, aber ich bin ja im... Ach, lass mich doch in Ruhe. So, was brauchen wir nochmal dafür? Ähm. So war das, ne? Produktion. Was war denn da jetzt? Äh, Impuls. Naja, nein, nein. Machen wir später mal. So, das ist... Egal. Gut. Wir wollten gucken, was wir dafür brauchen. So, wir brauchen Antimaterie. Vernichteter Kohlenstoff, dafür haben wir alles. Antimaterie, Gehäuse. Äh, Antimaterie, Gehäuse ist Sauerstoff und Feritstaub. Boah. Gut. Ist, äh... Ist halt so. Ja, jetzt haben wir natürlich unser Laser nicht mehr bei. Kohlenstoff. Ja. Okay. Okay, was? Es reicht mir jetzt. Ficka. Mann. Ja, weiß ich. So, Feritstaub, komm. Da wollt ihr mich... Sind das diese Ärsche? Oder ist das einfach das Wetter? Ey, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt nicht. Ich fühle mich gerade total verarscht. Äh, Multiwerkzeug, aufladen, Koh... Egal, müssen wir einen neuen Kohlenstoff sammeln. So. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ähm. Ähm. Okay, jetzt weiß ich, was es war. Hm. Ich bin in einer Blume gelandet. In einer wunderschönen Blume. Läuft. Läuft, aber die wachsen jetzt nicht überall, oder? Ja klar, lande auf dem... Baum, Alter. Ah, nee. So, mal gucken. Herstellen. So. Wir brauchen. Wir brauchen. Verdichteten Kohlenstoff. Wir haben... 131 Kohlenstoff. Äh, hab ich die Raffinerie wieder mitgenommen. Hat er. Hat er gemacht. Oh, Alter, ey. Ist das euer Ernst? Jetzt brauche ich... So. Ach, verdammt. So. Ach, leck nicht. Los. Gib Gas. Ach ja, mal gucken, was da... noch so bei rumkommt. Oh, ich habe Zweifel, dass das reicht. Ich bezweifle es einfach mal ganz stark. Und die Materie, warum kann ich noch nicht? Ich kann schon. Das ist wunderbar. Wir können... Nun, wollen wir mal hier so... Machen wir es. Da haben wir es. Warpzeller. So. Alter. Direkt noch mal machen. So, Ferit, da brauchen wir noch mal Sauerstoff haben wir genug. Gibst du... Fülle, 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 Fülle. Weiß Bescheid. Oh. Nehme ich mit. Was passiert hier? Hallo. Oh. Nehme ich auch mit. Hey, Jungs. Ach ja. So, ihr seid. So, ihr seid. Alles klar, hier nehmen wir noch mal ein bisschen Natrium mit. Weil Natrium ist wichtig. Nicht nur für uns hier, sondern auch generell für die Ernährung. Ihr wisst... Oh. Das war Kohlenstoff. Das wollte ich nicht. Ich wollte das. Beziehungsweise Kohlenstoff brauche ich auch. Und chromatisches Metall. Fuck, dafür brauche ich Kupfer. Oh, nein, ey. Egal. Kriegen wir hin. So. Wir brauchen noch zwei Feritstaub. Ja, geil. Chromatisches Metall haben wir auch noch. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Feritstaub und ein bisschen... Alter, warum steige ich denn hier rein? Was zur... Äh. Gott. Okay. Läuft, würde ich sagen. Läuft. So. Das sollte an Kohlenstoff erstmal reichen. Na, Feritstaub kriege ich da. Ne, Kohlenstoff. Ja, 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 ja. Das ist mir jetzt erstmal Wumpe. Ich brauche Ressorten. Hm, was hat mich da irgendwas... Da war ja was. Keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Alles ist gut. Alles ist gut, solange du wild bist. Weiß Bescheid, ne? Weißt du Bescheid. So. Ähm, verdichteter Kohlenstoff. Das ist natürlich jetzt... Recht kagge. Dann würde ich sagen, wollen wir erst einmal vor Mr. Wächter fliehen. Was gibt es denn hier? Landesequenz nicht verfügbar am Arsch. Lande jetzt. Mein Gott. Was ich immer alles zweimal sagen muss. Unglaublich. So. Äh, was war da? Ähm, 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 wo haben wir es denn? Da haben wir es. Kohlenstoff. Hälfte reicht. Können wir hier nochmal ein bisschen, äh, ne? Hälfte reicht. Gib Gas. So. Ich bin gespannt, was hier passiert. 2.30 reicht das? Ich bin mir schon wieder nicht sicher, aber ich schätze mal, ja, es sieht gut aus. Sehr gut. Sehr gut. Eine Warpzelle. Wunderbar. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Wunderbar. Oh, Kollege. Komm mit mir. Ich bin begeistert. So. So. Gas geben. So. Das ist auch fast wieder alle. Du. 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 Danke. All das will ich noch machen. Na ja, mal gucken. Vielleicht mache ich es auch irgendwann mal wieder im Stream. Ich meine, warum nicht? Ich habe übernächste Woche sowieso aufgrund von Kurzarbeit eine Woche zu Hause rumpimmeln. Rumpimmeln? Entschuldigung. Ja. Hm. Ähm. Ähm. Was haben wir denn da? Gar nichts. Ja, cool. Kupfer. Weißt du was? Was? Hнем noch ein bisschen Kupfer. Wofür holen wir uns jetzt alles hier erst mal. Ähm. O, Planet sieht kalt aus. Oder? Kalt oder Wüste? Eintritt in Atmosphäre. dispatch M320. Die wende. Gut. So weit, so gut. Einmal rumscannen. Es sieht nach Wüste aus. Das sieht extrem nach Wüste aus. Wollen wir hier nochmal. Dafür brauchen wir... Okay, Entschuldigung. Raumschiff Treibstoff. Welche wir nicht herstellen können, weil wir haben nicht genug Wasserstoff und keine Metallplatte. Die Metallplatte sollte kein Problem sein. Ist es aber. Wo kriegen wir denn jetzt Süßwurzeln? Nein, ich... Ah, meins. Alles meins. Ich hoffe, dass hier nicht so viele Wächter rumdüsen. So, hier nochmal ein bisschen. Mache ich mir gleich vielleicht auch noch ein paar Gesundheitstanks. Wie es hier so schön heißt. So ein bisschen vorbereiten auf die Reise zum... Wird es ein Fachausdrück für schwarze Löcher? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oh ja, stimmt. Es ist kalt hier. Es ist eine Wüste, aber es ist kalt. Obwohl die Temperatur im Wüsten ja, glaube ich, hier bei uns auch nachts rasant abfällt, ne? Also... Da wird es doch schon recht kühl, wenn ich es so ausdrücken darf. Und hier, nehmen wir da noch ein bisschen von mit Kohlenstoff. Ja, da drunter ist noch Sauerstoff. Oder auch nicht. Sah es so aus. Sieht es aus wie ein Kaktus. Ist halt so. So. Me. Fuck. Mann. Alles klar. Ihr habt nichts gehört, ich habe nichts gesagt. Es ist ärgerlich, aber lösbar. Gut. Gerichtstorff. Gerichtstorff. Oder Ferichtstorff. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gerichtstorff. So. So viel zu Ressourcen sammeln. Gott. Es ist so langweilig, Ressourcen zu sammeln. Warum würde mein Handy in letzter Zeit so oft Updates machen? Egal. So. Sollte es reichen? Es sollte für das eine reichen. Vielleicht brauchen wir noch mehr. Oh. Wir haben da hinten. Oh ne. Nicht da hinten. Irgendwo in einer weit, weit entfernten Galaxie. Entschuldigung. Obwohl, das ist gut, dass wir hier rumhängen. Denn. Wir haben ja einen, äh. Kälteschutz. Deluxe. Hergeschneidt. You know. Produkt. Hergeschneidt. You know. So. Raumschiff. Start. Schubdüsen. Treibstoff. Impulsantrieb. Ja, komm. Hier, so. Hau mal das da mal rein. Hyperantrieb. Ja gut. Da müssen wir jetzt mal. Gucken. Ob wir vielleicht. Ich, ähm. Komm so. Natürlich. Chromatisches Metall brauche ich noch. Aber hey. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach ein bisschen. Wissenstein. Warte. Markieren. So. Ich würde einfach sagen, wir gehen noch ein bisschen Kupfer sammeln. Ne. Oh, das nehme ich auch mit. Das brauchen wir für die Startschubdüsen. Meins. Alles meins. Meins, 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 meins. Ich sehe es schon kommen. Wir haben gleich wieder den Arsch vor der Richter. So. Hier mal gucken. Das. 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 So. So. Und das noch mit. Oh, die Temperatur ist gut. Das ist wirklich gut. Also. Läuft, würde ich sagen. Verdichteter Kohlenstoff. Ja gut. Warum nicht? So. Normaler Kohlenstoff. Ja gut. Warum nicht? Ein fräßiges Tier. Was bist du? Bleib stehen. Ich scanne dich. Bleib stehen. Das war falsch. Mistkräuter. Verschwinde. Verschwinde. Das war falsch. Super. Oh oh. Leck mich doch an der Füße. Mein Gott. Ich wollte doch nur ein neues Wort lernen. Gott. Was lerne ich? Turbuk. Turbuk. Wie gehen. Wie gehen. Der Stein schwingt und erzeugt Geräusche. Das meine Gedanken vereinnert. Äh. Ein Geräusch. So. Eine Vision beginnt. Gestalt anzunehmen. Ich sehe zwei große Aliens, die miteinander kämpfen. Irgendwann besiegt einer den anderen und lässt ihn verbluten zurück. Mit letzter Kraft zeigt der besiegte Alien in meine Richtung. Was? Äh. Ah. Okay. Gott, ich werde verfolgt. Scheiße. Wo ist er? Huch. Oh. Was zur Hölle. Und tschüss. Der ist zwar grün, aber ich glaube nicht, dass das grün vegetarisch heißt. Wie gesagt. Jetzt einmal Kupfer abbauen. Ich will mal. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Ja, ja. Ja, ja. Haben wir da Kupfer? Kupfer ansatz. Ja, läuft. Leute. So. Und ich würde sagen, wir verbrauchen direkt mal ein bisschen die Startschubdüse. Da hätte ich auch direkt hier bleiben können. Wie? Landebereich nicht frei. Natürlich. Ich sitze ich da hin. Gott. Und ich würde sagen, ich würde mal gucken, ob ich vielleicht mein Leben bin. Sieht nämlich doch schon recht verbraucht aus. Sauerstoff hier ist, äh, da. Wieder voll. Wieder voll. Bist du lieb? Keine Ahnung. Sehen wir dann. So. Kupfer. Alles klar. Das sieht gut aus. Das nehmen wir alles mit. Das ist sicher, ob ich alles mitnehme. Aber zum größten Teil würde ich sagen, nehmen wir alles mit. Silikatpulver können wir gleich erstmal wieder wegschmeißen. Das kriegen wir überall. Und wir müssen im Moment kein Glas bauen. Außerdem haben wir auch noch zwei Glasscheiben dabei. Nö. Ja. Jetzt würde ich sogar sagen, nehmen wir das noch mit. Ja. Na, ich dachte, ich wurde angegriffen. Wurde ich anscheinend nicht. So. Da ist das Raumschiff. Da. Ach da. So. Raumschiff in Objekt. Ja, super. So. Ähm. Kupfer. Das können wir ruhig alles wegballern. Treibstoff. So. Keine Ahnung, ob das reicht. Aber hey. Tö. Ich habe sowieso keine Ahnung von eben was. Von daher. Ähm. Multi-Werkzeug. Kohlenstoff. Na gut, muss ich halt noch ein bisschen Kohlenstoff sammeln, ne? Wenn das nicht anders geht. Und vielleicht noch ein bisschen davon. Ich weiß gar nicht, ob es hier Sauerstoff gibt. Hallo? Das ist die Hölle. Oh Mann. Gut. Gut, sollte alles kein Problem sein. Wir leben noch. Ich glaube, wir sind auch noch nicht gestorben. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, bis jetzt sieht eigentlich alles ganz gut aus. Vielleicht kommen wir nicht so schnell voran, wie man wirklich vorankommen sollte. Aber das weiß ich eben auch nicht. Da ich mich immer noch nicht so wirklich gut in diesem Spiel auskenne. Analysieren. 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 Kann ich das nicht gerückt halten? Oh. Oh. Okay. Cool. So. Hier machen wir direkt mal. Dreier. Und das. Und das. Ach, wirklich doch. Oh, scheiße. Oh. Alter. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen knapp. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen, Alter. So. Hyperantrieb. Alle drei draufknallen. Läuft. Es läuft. Das war... Scheiße, war das knapp, ey. Technologie aufgeladen. Wirklich? Gut. Wollen wir mal gucken. Zurück in den Weltall. Das schwarze Loch erreichen. Greife im Weltraum. Auf die Galaxiekarte zu. Äh. Ziel. Schwarzes Loch. So. Oh Gott. Wir müssen echt von einem Punkt zum... Oh, nein. Läuft. Merkt man, ne? Definitiv. Definitiv. Hm. Warte mal. Lass mal gucken. So. Ach, nee. Guckt die ganze Zeit auf die Uhr. Wunder mich. Oh, wow. Halb zehn. Äh, nein. Halb elf. Hm. Überraschung. Schon. Feindliche Schiffe. Wir haben dich. Was? Fuck. Oh, tschüss. Nein, ich will das jetzt nicht machen. Ich hab ein kleines Pipi-Schiff. Mit Pipi-Waffen. Ich will... Aber... Leute. Nein. Oder? Kriegen wir es hin. Gut, da ist einer. Da. Irgendwas hab ich getroffen. Da. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man... Hammer! Okay. Okay. Okay, ich glaub... Okay, wir kriegen das hin. Hoff ich mal. Äh. Aber... Yay! Einer noch. Einer noch. Ne, zwei. Oder? Oh, mehrere. Scheiße. Okay. Hallo. 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 Schießen immer noch auf mich. Das ist unglaublich. Und wir werden die jetzt vielleicht ein bisschen überziehen, ja. Aber das will ich noch eben in dieser Folge hier fertig bringen. Scheiße. Noch nicht mal getroffen, ey. Und wir haben noch mal getroffen. Oh. Nein. Oh. Okay. Oh nein. Oh nein. Okay. Äh. So. ist denn das also heute sind übertrieben war hallo hallo das gibt es doch gar nicht bitte nur auf mich geschossen gibt sie keinen anderen meint wo sei da ist er getroffen nein warte nicht wegfliegen viele jetzt noch kampfschiffe zerstört kriege ich jetzt irgendwie eine belohung oder sprich mit dem kommandant so guten tag ich habe zu mit geck kommunikation beenden ok alles klar gut leute ich würde sagen nach dieser raum schlacht wenn ich jetzt mal hoffe ich dass ihr auch in der nächsten folge wieder mit dabei seid erst mal auf der reise und auf der suche zum schwarzen loch des schwarzen lochs so ich hoffe es hat euch gefallen wenn es dies getan hat lasst mir ein bisschen unterstützung da unterstützt mich also unterstützt mich ein bisschen lasst mir von mir aus dem like oder kommentar da wenn ihr mehr sehen wollt lasst mir einfach ein abo da ja das wär's macht's gut leute bleibt gesund